Herzlich Willkommen zum DRZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, meine lieben Zuhörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des DRZ-Kanzelklatsches. Das ist diesmal wieder mit mir, dem Peter Liegmann und ja, mein Gegenüber, auch ein alter Bekannter, der Ralf Bonnekessen. Wir haben länger nicht mehr miteinander gesprochen über den Podcast, sonst fast täglich. Und ja, heute haben wir uns wieder ein schönes Thema für euch ausgedacht. Wir sind kurz vor Mai und da sind wir drauf gekommen, wir wollten jetzt einfach mal über dicke Böcke sprechen. Genau. Die meisten sind ja scharf auf dicke Böcke und vielleicht werden wir ein bisschen rausfinden im Laufe des Gesprächs, wie man zu einem dicken Bock kommt. Sei es auf einer Auslandsjachtreise oder sei es im eigenen Revier. Und ja, Ralf und ich haben gar nicht so viel Erfahrung mit dicken Böcken, oder? Ich habe bei der, als du das Thema gesagt hast, wusste ich jetzt nicht, ob du mich meinst oder ob du dicke alte Böcke meinst. Das war immer schön, als erstes zu fragen, so ja, wie viele dicke Böcke habt ihr denn an der Wand hängen? Wie viele habt ihr denn erbeutet, dass euch das jetzt so zum Experten auf diesem Themenbereich macht? Das hat ja keiner behauptet, dass wir Experten sind. Achso, nee, das stimmt, ja, richtig. Ja, wir machen ja nur einen Podcast, also Experten sind meistens toll. Experte kann sich ja auch jeder nennen, das ist ja immer so schön, wenn man irgendwie für irgendeinen Fachbereichsache schreibt, nennt man sich einfach Experte. Das ist schon mal gut, ja. Nee, also mein dickster Bock an der Wand hat, glaube ich, irgendwie so um die 300 Gramm. Das ist kein dicker Bock, definitiv nicht. Also eigentlich bin ich deswegen nicht prädestiniert, hier meinen Senf dazu zu geben. Aber aus den Gesprächen mit vielen, vielen Bockjägern, die da sehr viel erfolgreicher unterwegs sind und meiner Tätigkeit als CCC-Trophäenbewerter, wo ich schon manchen dicken Bock bewerten durfte, habe ich da ein bisschen Expertise. Und Ralf, du bist, denke ich, einfach schon so weit rumgekommen und hast auch schon einiges gesehen an Jägern und Trophäenwänden und auch dicke Böcke, die du vorhattest. Und ich glaube, du hast selber auch schon einen dicken Bock erlegt. Ja, wobei der auch gewichtsmäßig, also meine dicken, ich habe also noch keinen über 400 Gramm. Und der letzte, der kratzt das so gerade, also der ist so, ich weiß jetzt gar nicht, 380 oder so, irgendwas um den Dreh oder 370, auf jeden Fall Ende 300. Und da, wobei es mir jetzt auch, den haben wir ja als Lebensbock verkauft, in Anführungszeichen, also die Geschichte. Also ich habe mich dabei filmen lassen, als ich den gejagt habe in Mecklenburg am Penisstrom. Und ja, das war für mich schon so ein Lebensbock, weil es eben ganz besonders war. Der war halt extrem abnorm und hatte das richtige Alter. Das ist ja immer so einfach eine schöne Jagd, wenn ich weiß, der wird nicht besser, dieser Bock. Also ihn oder überhaupt Trophäenträger dann zu erbeuten, wenn man weiß, da kommt nichts mehr. Dann ist es ja eigentlich am schönsten und auch eher so ein Zeugnis für gute Gesundheit und einen guten Bestand, wenn ich weiß, ich habe altes, reifes, starkes Wild. Und ja, deswegen, also der ist auch nicht so ein richtiger Klopper, aber für mich halt schon besonders. Und ich glaube, da kann man das vielleicht auch ganz gut so dem Zuhörer irgendwie zeigen, dass man ist jetzt nicht ein guter oder besserer Jäger, nur weil man viele dicke Böcke an der Wand hat oder viele dicke Hirsche. Es ist ja immer eine Frage auch der Gelegenheit und auch der Erwartung. Also auch ein 380-Gramm-Bock kann ein Lebensbock sein. Ja, also meistens geht es einher mit einem dicken Portemonnaie, ne? Also je mehr dicke Böcke an der Wand hat, desto größer ist das finanzielle Budget. Ja. Nicht zwangsläufig. Also es gibt natürlich auch wirkliche Experten, die ihr Leben lang ein Revier betreut haben. Und ja, einfach außerordentlich erfolgreiche Hegebemühungen da aufgestellt haben. Und ja, der Lohn der Hege ist dann, sind dann wirklich kapitale Rekronen, die sie da hängen haben. Und ja, die Frage ist halt wirklich, was kann man selbst erreichen im eigenen Revier? Mit welchen Hegemaßnahmen? Mit der Büchse teilweise auch oder über Ersungsverbesserungen, Ruhemaßnahmen. Was kann man da machen, um selbst in einem durchschnittlichen Revier, sage ich mal, bessere Retrophäen zu erbeuten? Aber ich will nochmal eben auf was anderes kommen, weil du eben sagtest, dein Bock hat 380 Gramm. Ich wusste das tatsächlich nicht. Ich dachte, der wäre stärker. Ich habe diesen Beitrag jetzt gerade noch so vor Augen. Und oft ist es erstaunlicherweise so, dass die Böcke, wenn sie da noch leben, deutlich kapitaler wirken von einer Trophäe, als wenn sie dann da liegen. Er liegt und man die Trophäe in der Hand hat. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es ist wirklich interessant. Und teilweise ist das, gerade wenn man nur einen einzelnen Bock sieht und keine Vergleichstrophäe daneben sieht. Und jemand zeigt einem dieses Foto und sagt, Mensch, hier, starken Bock geschossen. Und der ist dann auch wirklich stark, aber ohne Vergleich sieht man es nicht wirklich. Das ist echt erstaunlich. Da muss man aber auch noch sagen, dass man da sehr viel auf die Knochendichte, also auf die Gehirn-, diese Massedichte gucken muss. Ich hatte zum Beispiel auch in Bayern mal in einem Revier dann Bock auf der anderen Wand. Da sagt er, ja, ich habe jetzt auch noch einen 300-Band-Gramm-Bock geschossen. Und für mich sah das aus wie ein zweijähriger Sechser, also so ein mickriger Sechser. Und da sagt er, der hat über 300 Gramm. Da habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich den von der Wand genommen und habe den in die Hand genommen. Und der war schwer wie Blei. Also davon darf man eben nicht verkennen, was das ausmacht, diese Dichte dieser Gehirnmasse. Da gibt es halt riesige Unterschiede. Das habe ich ja auch bei meinem Karpatenhirsch gesehen, wie leicht in Anführungszeichen der war, trotz dieses Volumens, was er auf dem Kopf hatte. Und das ist bei Rehböcken nicht anders. Natürlich in anderen Dimensionen. Aber man kann halt einen massigen Bock erlegen und der wiegt trotzdem weniger. Wobei, das ist ja super. Also für einen Geldbeutel ist es ja super. Ja, das stimmt allerdings. Was macht denn, genau, das ist eine Frage. Was macht denn dieses Gewicht bei der Bewertung? Also ist das prozentual? Ja, also da wollte ich erstmal nochmal, genau, generell zum Gewicht. Weil was ist jetzt ein 500-Gramm-Bock? Das ist, finde ich, von der Definition immer erstmal ganz wichtig. Weil das hat man oft so als Traumziel vor Augen, 500-Gramm-Bock zu schießen. Und dann fahren viele Leute auf Jagdreisen irgendwo nach Osteuropa und haben dieses Ziel vor Augen, 500-Gramm-Bock zu schießen. So, und da muss man mal ganz klar sagen, wenn in Osteuropa jetzt ein Bock geschossen wird und der wird mit ganzem Schädel abgekocht, also mit Oberkiefer. Ja. Und der wird dann gewogen 24 Stunden nach der Erlegung oder nach dem Abkochen, besser gesagt, für das Jagdprotokoll. So, dann ist das ein Bruttogewicht, was da aufgenommen wird. Das heißt, ich muss erstmal nochmal eine Trocknungszeit abziehen. Das heißt, der verliert eigentlich in den ersten vier bis acht Wochen, ja, ich sag mal so, es ist immer ganz schwer zu sagen, prozentual oder jetzt vom, vom, oder nominal vom Gewicht, aber ich sag mal so, 50 bis 80 Gramm verliert er sicherlich. Ja, also 50 bis 80 Gramm kannst du dann schon mal abziehen. So, und dann musst du nochmal, so Pi mal Daumen, ja. Und dann kannst du nochmal 90 Gramm abziehen. Die muss ich nämlich bei der CDC-Trophäenbewertung abziehen für den ganzen Schädel, ja. Also ich ziehe kein Gewicht ab. Also ich muss ja, das Nettogewicht brauche ich. Das ist im Prinzip das interessante Gewicht, das Nettogewicht. So, und wenn ich vom Bruttogewicht 90 Gramm abziehen muss und ich sag mal, der hat jetzt 500 Gramm gehabt, dann ziehen wir 10 Prozent ab. Dann hat er noch 450, wenn er getrocken ist. Und dann ziehe ich nochmal 90 Gramm ab. Dann bin ich bei 360 Gramm. So, 140 Gramm weniger. Das klingt dann plötzlich schon ganz anders. Deswegen, also 500 Gramm Bock ist nicht gleich 500 Gramm Bock. Und vor allem, wenn man sich die Preislisten dann anguckt, vor Ort, bei der Jagdreise, und man zahlt da nach Bruttogewicht 24 Stunden nach dem Abkochen, da muss man schon genau hingucken, ja. Also für so einen Bock würde ich jetzt keine 2.000 Euro Abschlussgebühr beispielsweise hinlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer die sind. Ja, ich kenne die aktuellen Listen da nicht. Aber da muss man immer ganz klar differenzieren. Und erst dann, wenn ich dann eine gewisse Trocknungszeit habe, das ist beim CEC so, die Regel, vier Wochen müssen wir warten zwischen Präparation und Evaluierung der Trophäe. Und dann habe ich eben das reale Gewicht. So, und dann der nächste Punkt, um jetzt zu deiner Frage zu kommen, was macht das Gewicht aus? Also, wenn ich jetzt mal in Medaillenrechnen rechne, eine Bronzemedaille bekommt der Bock ab 105 Punkten, eine Silbermedaille ab 115, eine Goldmedaille ab 130 Punkten. Sondern es gibt zwei Faktoren, die am meisten Gewicht im wahrsten Sinne des Wortes haben bei dieser Auspunkte. Und das ist einmal das Nettogewicht eben, ja, also das, was es auf die Waage bringt. Und das Zweite ist das Volumengewicht. Das heißt, die Dichte, die du eben schon angesprochen hast. Also, wie viel Kubikzentimeter Volumen hat quasi das Gehirn? Ja, und dazu gibt es die hydrostatische Waage. Da wird das Gehirn eingetaucht. Und dann wird da sozusagen das Gewicht gemessen, was noch, ja, was nicht eingetaucht ist. Das wird dann subtrahiert. Und dann habe ich halt einen Wert des Volumens. Also, ist physikalisch hochinteressant, wie das überhaupt funktioniert. Also, für den Zuhörer ganz kurz veranschaulicht. Also, das ganze Gehirn wird umgekehrt in einen Glaszylinder, der mit Wasser gefüllt ist, versenkt. Und dann wird die Wasserverdrängung gemessen. Ich glaube, so kann man es sich friedlich vorstellen. Ja, genau. Richtig, ja. Also, rein theoretisch müsste man es natürlich so machen, dass du einen Bottich randvoll mit Wasser machst. Dann tauchst du den ein. Und dann misst du das Wasser, was quasi übergeflossen ist. Ah, okay. So, und das ist natürlich überhaupt nicht möglich, weil immer irgendwo Wasser hängen bleibt. Und weil du es nie genau randvoll füllen kannst. Das wird ein sehr ungenaues Ergebnis ergeben. Und irgendein schlauer Mensch hat sich da mal dieses System ausgedacht, dieses Gehören so einzutauchen bis zu den Rosenkanten und dann das Gewicht zu messen. Und ja, die Differenz aus diesem Eintauchgewicht und dem Bruttogewicht ergibt eben dann das Volumen in Kubikzentimeter. So, und von der Bepunktung ist es so, dass dieses Volumengewicht in der Regel aus meiner Erfahrung immer noch mal so 5 bis 30 Prozent mehr Punkte bringt als das reine Gewicht auf der Küchenwaage. Und das auch noch mal als Hinweis für diejenigen, die meinen, man könnte bei der CEC-Bewertung auf eine hydrostatische Waage verzichten und man könnte jetzt einen Näherungswert nehmen. Also eine Formel, die dann aufgrund des normalen Gewichtes auf das Volumengewicht schließen kann mit einem bestimmten Multiplikationsfaktor. Das ist halt völlig Banane. Also die Unterschiede sind wirklich sehr, 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 sehr groß. Also 5 bis 30 Prozent macht schon was aus. Bei Hirschen brauchst du dann ja so eine Kubikmeterwanne. Ja, bei Hirschen gibt es das zum Glück nicht. Das wäre auch, ja, zu viel das Gute. Bisschen Fille, ja, genau. Aber du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, der für mich persönlich sehr wichtig ist. Also ich habe das letztens auch noch mit einem Jachtfreund diskutiert, weil der auch sagt, sein Lebenstraum ist so dieser 500-Gramm-Bock. Und ich finde das total kacke, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, sich so ein Grammziel vorzunehmen. Weil da passiert nämlich Folgendes. Dann geht er hin und dann kommt er irgendwo zur Jacht und sagt das halt. Und dann wird er geladen auf so einen Bock, weil alle denken, der hat halt diese Masse. Und dann legt er halt so einen Granatenbock um, was er dann ja ist, logischerweise. Und dann hat dieser Bock 480 Gramm oder 450 Gramm. Und der ist völlig enttäuscht, obwohl er einen fantastischen Bock erlegt hat und vielleicht eine fantastische Jacht erlebt hat unter fantastischen Bedingungen. Und ist enttäuscht, weil dieser Bock 84 Gramm hat. Da kotze ich im Strahl, wenn ich sowas sehe. Das ist total schade. Da kannst du einfach nur sagen, dass er selber schuld ist. Das ist ja ein hausgemachtes Problem, ja. Du versuchst ja gerade sozusagen eigentlich ihm deine Sicht jetzt überzustülpen, zu sagen, Mensch, es geht doch um andere Dinge. Ja, genau. Es geht doch darum, das Erlebnis und das ist doch ein toller Bock und das ist doch völlig wurscht, ob er jetzt Gold hat oder Silber oder wie viele Punkte oder wie viele Gramm. Aber mit der Zielsetzung fährst du auf so eine Reise und nicht er. Der, den du ansprichst, der hat genau ein Ziel vor Augen. Und der wird nicht Ruhe geben, bis er dieses Ziel erreicht hat, ja. Ja, wahrscheinlich. Und da kann man ja nur sagen, okay, es ist mal wichtig, Ziele zu haben im Leben. Und ja gut, der hat dann weiterhin noch ein Ziel und weiterhin noch einen Traum und wird wieder Geld ausgeben und die Jagdreisevermittler freuen sich. Also von daher alles gut. Aber das ist, man erlebt das ja ganz oft, wenn dann, also ich erinnere mich an diese Trophäenbewertung damals und der Jäger guckte dann irgendwie und da hast du gesagt, ah, der fällt jetzt wegen, keine Ahnung, zwei, drei Punkten aus der Medaille raus. Oh, schade. Ja, das erlebe ich, das erlebe ich tagtäglich sozusagen bei der Trophäenbewertung. Also kürzlich jetzt auch, ich habe letzte Woche drei Böcke bewertet, da waren zwei Bronze. Übrigens hier aus Deutschland zwei Bronze und einer war Silber. So, und der Silberne, der war jetzt gerade mal so zwei, zweieinhalb Punkte oder sowas von Gold entfernt. Und ich bin immer ganz froh, wenn das nicht ganz so knapp ist, ja, weil ich meine, zwei Punkte, 200 Punkte, da kannst du halt nicht ihm ein Auge zudrücken oder sowas. Ich meine, kannst du bei 0,1 Punkten auch nicht, aber bei 200 Punkten ist es halt nochmal ein bisschen safer. Da bin ich dann, habe ich nicht so ein ganz schlechtes Gewissen dem Erleger gegenüber. Und er hat sich trotzdem geärgert. Er hat mehrfach noch gesagt, und das passiert mir öfter, ach Mensch, schade, schade. Ja, genau. Und genau das habe ich ihm auch gesagt, was ich eben sagte. Mensch, ist doch super. Das ist noch ein Traum und noch ein Ziel. Und auch eigentlich ein relativ junger Jäger war das noch. Wo ich sage, mein Gott, du hast das ganze Leben noch vor dir. Also du wirst schon noch ein Gold mit der einen Bock schießen. Also deine Motivation diesbezüglich ist groß und wird schon noch klappen. Ja, also, ja, ist schon spannend mit den Medaillen und so. Und was man, also, wer das haben möchte oder wer der Wert drauf legt und wer nicht. Und im letzten Endes ist es ja nicht, worum geht es da, ja? Geht es da um dich selber? Geht es um die Medaille? Geht es um irgendwelche Ziele? Geht es darum, dass du irgendwelchen anderen Leuten was beweisen möchtest? Und ich meine, letzten Endes, wie du es eben gesagt hast, du bist ja dadurch kein besserer Jäger, ja? Dass du deine Medaillenböcke oder Medaillentrophäen an der Wand hängen hast. Das zeichnet dich ja nicht als besserer Jäger aus. Oder nicht im Gegenteil. Nee, genau. Nee, im Gegenteil nicht. Das sagt gar nichts aus einfach, ja? Also ein Stück weit ist es Glück, ein Stück weit ist es Sache der finanziellen Möglichkeiten. Ein Stück weit ist es sicherlich auch die Sache, inwieweit hast du geschickt, damit dein Rehbild so hoch zu hegen, dass du solche Böcke da stehen hast. Und da muss man auch ganz klar sagen, aus meiner Erfahrung jetzt hier mit der Trophäenbewertung, ich habe ja viele Leute, die immer wieder kommen und mit denen spreche ich natürlich auch immer darüber, was macht ihr bei euch im Revier, was führt dazu? Und es sind immer wieder die gleichen Erfolgsfaktoren, die dafür sorgen. Und die Leute geben sich Mühe. Das ist jetzt nicht so, klar wächst auch mal so ein Ausnahmebock. Ich hatte mal vor zwei Jahren, glaube ich, da war ein Wahnsinnsbock für deutsche Verhältnisse. Ich habe bei einer DOZ, glaube ich, auch sogar einen Artikel darüber geschrieben. Der hatte, brutto hatte der über 700 Gramm. Und der kam so aus der Ecke Tauber-Bischofsheim da, nördliches Baden-Württemberg. Eigentlich eine Ecke, wo überhaupt keine dicken Böcke wachsen. Und das sagte der Revierenhaber oder der Jäger, der da den erbeutet hatte auch, die stärksten Böcke haben da vielleicht 300, 350 Gramm oder sowas. Und dann kommt auf einmal so ein Klopper daher, wo du vielleicht fragst, das gibt es doch nicht. Wo kommt denn das her? Und das kann ich dir auch nicht beantworten. Ich glaube, wie bei vielen Dingen, es gibt immer mal wieder Ausreißer. Das ist einfach so. Und natürlich gibt es Dinge, die das positiv beeinflussen. positive Faktoren, wie zum Beispiel Ruhe oder gute Äsung, gute Böden, solche Geschichten. Aber letzten Endes, so einen Bock kannst du zumindest in einem normalen Revier nicht nach Plan heranhegen. Das funktioniert nicht. Da musst du einfach Glück haben, dass irgendwann mal eine bestimmte Genetik irgendwie da durchkommt. Kommt vielleicht bei einem von 100 oder bei einem von 1000 Böcken durch oder bei einem von 100.000 Böcken. Ich weiß es nicht. Und wenn du da den richtigen Riecher hast oder den Bock in Ruhe lässt und sich entwickeln lässt, dann hast du auf einmal so einen Klopper da stehen. Und das funktioniert, glaube ich, auch in Durchschnittsrevieren. Du musst nur die Geduld haben und das Glück haben, dass der Bock auch wirklich dann bei dir steht. Ja, genau. Aber du hast ja gerade ein paar Sachen gesagt, die natürlich sehr interessant sind für den Zuhörer. Das heißt also, wie kommt man da hin? Und da muss man, da gibt es eine ganz, also ich habe auch eine ganz einfache Erfahrung gemacht oder eine relativ simple Erfahrung gemacht. Und zwar, wenn ich irgendwo, ich werde ja, dann bin ich ja zum Filmen in der Regel unterwegs und dann bin ich halt irgendwo und dann wird mir auch eben gezeigt, dass die, oder die Trophäenwand gezeigt, was ist denn bislang alles da so gefallen in dem Revier. Und dann sehe ich, das ist total interessant zu sehen, weil erst mal ist es so, dass man auf den ersten Blick sieht, dass sich alle Böcke ähneln. Das heißt also, wenn ich da überwiegend eine Korbform habe, dann sind die, haben die alle eine Korbform. Also bis auf wenige Ausnahmen. Wenn das Enggestellte sind, dann sind die in der Regel alle enggestellt. Und zwar ist das dann eben zu sehen, unabhängig vom Alter. Das heißt also, man sieht, es gibt eine genetische Prämisse, die da in diesem Revier vorhanden ist und die wird selten durchbrochen. Und das betrifft auch die Gewichte. Also wenn ich natürlich, was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel so, wie jetzt gerade im Sauerland wegen der Kalamitätsflächen, da war ich jetzt auf einer Trophäenschau, da hängen nur Jährlinge. Also da muss ja sowieso von alten Reifen, geschweige denn kapitalen Böcken, gar nicht mehr sprechen. Die können ja gar nicht kapital werden, weil sie nicht alt werden. Das ist ja auch so eine Prämisse. Aber interessant ist, dass die Genetik immer zu erkennen ist, wenn ich einfach mal eine große Menge an Böcken sehe, die aus derselben Region, aus demselben Revier kommen. Obwohl es da auch Unterschiede gibt. Also ich kann das jetzt nicht ganz so bestätigen, dass das immer wirklich, dass die sich so sehr ähneln, sowohl aus eigener Erfahrung als auch beim Blick auf andere Trophäen. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, im Heimatrevier, wo ich ursprünglich herkomme, da hatten wir definitiv zwei unterschiedliche Erblinien sozusagen. Es gab da Böcke, die sehr kurze Schädel hatten und Böcke, die sehr lange Schädel hatten. Das war bestimmt ein Unterschied von, ich sage mal, drei, vier Zentimetern, was ja schon prozentual gesehen eine Menge ist. Ja, klar. Und da konntest du wirklich, also du konntest bei jedem Bock, konntest du sagen, der gehört dahin, der gehört dahin. Das waren so zwei unterschiedliche Linien. Und da gibt es natürlich auch Vermischungen, genauso wie es bei Menschen eine Vermischung gibt. Es gab ja immer so eine schöne Studie über das Genom der Menschen und mit welchen Anteilen welche Erdteile sozusagen in uns stecken. Und das war hochinteressant, weil da würden die meisten Menschen wirklich denken, das gibt es überhaupt nicht, das kann auch gar nicht wahr sein. Aber es ist so, dass zum Beispiel in einem Zentraleuropäer, ich sage mal, 20 Prozent Schwarzafrikaner drin steckt. Ja. Wo jeder sagen würde, das kann doch nicht sein. Ich kann doch meine Familie hunderte von Jahre zurückverfolgen und wir sind doch alle Zentraleuropäer. Ja, nee, Pustekuchen. Ja. Also die Genetik, ich meine, gut, wir sind ja keine Genetiker, wir sind ja keine Fachleute, was das angeht, aber ich glaube, da ist so viel noch im Unklaren und gerade beim Wild, was ja da gar nicht großartig erforscht ist, diese ganze Genetik. Also da schlummert, glaube ich, eine ganze Menge. Das Potenzial ist da. Neulich habe ich auch mal mit einem gesprochen, der meinte, die Genetik ist schon weggeschossen sozusagen, also schlecht geschossen in Deutschland. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass die Genetik definitiv noch da ist und schlummert. Man muss ihr nur die Gelegenheit geben, sich auch zu entwickeln und daran hapert es meistens. Du hast es ja gerade angesprochen mit dem Alter. Das Alter ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor dabei. Und die Böcke werden einfach viel zu früh geschossen. Natürlich gibt es auch Böcke auf der Trophäenschau, die sind dann fünf Jahre, sechs Jahre, auch teilweise sieben, acht Jahre Böcke, alte Böcke. Nur die Problematik ist, dass die Böcke, die wirklich Potenzial haben, dass ausgerechnet die natürlich zu früh geschossen werden. Weil wenn du dann so einen Bock, einen zweijährigen, dreijährigen Bock siehst, spätestens als Vierjähriger, wird der fallen, weil es einfach ein kapitaler Bock ist. Weil du siehst, oh, Donnerwetter, da hat er aber was. Den muss ich aber mal, bevor eine Nachbar schießt. Dann schieße ich ihn. Das ist ja der Klassiker. Und genau diese Böcke müssen eigentlich stehen bleiben. Und genau so ist es umgekehrt. Der Bock, der eigentlich kein Potenzial hat, das ist so dieser klassische, ewige Zweijährige, sagt man ja. Der ist schon als Zweijähriger irgendwie, ja gut, so ein Frankfurter Sechser, wie es unser Kollege Markus Lück immer gesagt hat. Also ein langweiliger, stinklangweiliger Sechser. Der bleibt dann so. Und den will man erstens nicht erbeuten, weil die Trophäe nicht interessant ist. Und zweitens hält man ihn vielleicht auch noch zu jung und sagt, naja, kann sich noch erwickeln. Und dann irgendwann ist er Methuseläm und dann schießt du ihn. Ist doch toll. Ist ja auch irgendwie so einen alten Bock zu schießen, unabhängig von der Trophäenstärke. Ist ja was Schönes, ne? Ja. Aber es sind eigentlich nicht diejenigen, die wirklich ins Reifalter reinwachsen sollten. Und wenn man solche Böcke, so wirklich gute Zweijährige mal stehen lässt, dann wundert man sich, was die plötzlich als Fünfjähriger, Sechsjähriger für eine Mordstrophäe haben. Ja. Wobei es natürlich so ist, dass die, also ich habe jetzt hier mal, das kann ich hier sehr empfehlen, als Literatur, wenn ich da mal ein bisschen reinlesen will, hier in das Buch, diese Monografie, heißt es ja dann, glaube ich, von Ferdinand Frey von Raßfeld, das Rehwild. Gibt es auch über das Rotwild, aber jetzt habe ich hier gerade das Rehwild. Und das ist unglaublich, was die damals schon, also vor 80 Jahren, schon an Untersuchungen gemacht haben mit dem Rehwild und an Altersschätzungen Altersschätzungen und Alterspyramiden aufgestellt und haben über tausend Böcke vermessen und dann das Alter geschätzt. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sehr, sehr spannend zu lesen. Und auch da wird man auch, ja, da sieht man eben auch, was man alles machen muss, um wirklich mal einen vernünftigen Bestand heranzuziehen, sage ich jetzt einfach mal. Also das fängt dann an, natürlich das Erste ist das Geschlechterverhältnis. Das Zweite, was die dann sagen, ist natürlich die Äsungsgeschichte beziehungsweise das Äsungsangebot. Und das lese ich halt immer wieder und das sehe ich eigentlich auch immer wieder. Auf die Genetik hast du keinen Einfluss. Also das, was man früher sagte, man schießt eben welche schlechten Böcke weg und dann verändert man irgendwas in der Genetik. Das ist spätestens seit diesem Buch Rehwild 2000, hieß das, glaube ich, ist der Zahn gezogen. Also da hat man gesagt irgendwie, ich glaube, da war mal so eine Faustformel, wenn man Einfluss auf die Genetik haben wollte, dann müsste man einen 100% richtigen Wahlabschluss über 100 Jahre durchziehen. Und dann könnte man eine leichte genetische Veränderung feststellen. Und das ist halt völlig utopisch, das irgendwie zu machen. Und deswegen sage ich auch... Da muss man ganz kurz einhaken. Also im Großteil gebe ich dir da recht. Ich habe ja auch gerade schon darüber gesprochen, Genetik ist halt kaum beeinflussbar und es schlummert noch ganz viel in der Genetik, was wir gar nicht wissen oder für möglich halten. Aber ich würde mich jetzt dagegen wehren, mit der Büchse nichts erreichen zu können. Also mit der Hege, mit der Büchse. Genetisch? Nein, genetisch kannst du da nichts erreichen. Davon bin ich überzogen. Ja, aber es ist halt schon sinnvoll, ich sage mal, die schwachen Stücke zu entnehmen. Aber da meine ich eben die körperlich schwachen Stücke und nicht die von der Trophäe schwachen Stücke. Und das bezieht eben nicht nur die Böcke ein, sondern vor allem auch das weibliche Revier. Und das ist das, was die meisten dann auch vernachlässigen. Es gibt ja Reviere, wo überhaupt keine Ricken geschossen werden und keine Kitze. Und du sagst, er hat angesprochen mit dem Geschlechterverhältnis, dass es ausüglichen ist. Und du musst eben, ich meine, eine Ricke gibt auch Genetik weiter an den Bock. Nicht nur der Bock gibt seine Gene an den Bock weiter, sondern auch in die Ricke. Und deswegen, da kann man schon einiges erreichen und das wird, glaube ich, in vielen Revieren sträflich vernachlässigt. So, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, ist kein Problem. Aber du änderst hier eine Diskussion. Kein Monolog. Nein, aber ich glaube halt, dass du, man muss eben unterscheiden, dass du diese Grundgenetik in deinem Rehwildbestand, die änderst du nicht. Natürlich gibt es unterschiedlich veranlagte Stücke und natürlich erreichst du dann damit, wenn du eine starke Ricke, die regelmäßig zwei Kitze setzt, die sollte man nicht totschießen. Worin eine andere, oder was man aber machen sollte, ist dann zum Beispiel eben ältere Stücke, die nur noch einen Kitz oder Geld ricken, die muss man halt erlegen. Überleg mal das eine Stück, was wir da gefilmt haben, bei dir an dieser Rapsfläche, diese uralte Oma, sowas. Also die muss natürlich weg. Die sorgt auch in der Struktur für Unruhe. Also die vertreibt dann möglicherweise junge Ricken aus diesem guten Einstand. Und deswegen, also da passiert halt eine Menge und da muss man eingreifen und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das tut. Und ja, das ist wichtig. Genau. Also wenn wir jetzt mal diese Faktoren, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben ein eigenes Revier und ich möchte in meinem eigenen Revier möglichst viel erreichen. Du hast es gerade angesprochen mit dem Alter oder wir haben es beide angesprochen. Das ist schon ein entscheidender Faktor. Man muss die starken Böcke alt werden lassen. Und dann nochmal auch ein kurzes Beispiel aus England. Das finde ich ganz interessant. Wenn die da zum Beispiel einen zweijährigen Bock haben, der wirklich Potenzial hat, dann geben die dem Ruhe. Dann achten die darauf, dass sie alle anderen Böcke drumherum, die irgendwie als Konkurrenten da auftreten könnten, wo es zu Machtkämpfen kommen könnte, die werden da weggeschossen. Dann wird alles daran gesetzt. Also jetzt natürlich nicht in jedem Revier in England, aber das ist so von professionellen Rehwild-Hägern in England, die machen das so. Die lassen diesen Bock damit Ruhe. Die wollen einfach, und das ist wirklich, also Ruhe wird völlig, völlig verkannt, wie wichtig das fürs Rehwild ist. Der hat keine Einstandskämpfe mehr. Das heißt, er kann die ganze Energie, die er hat, kann er in seinen, und gerade im Anfang, wo sie noch ein bisschen schieben, da braucht er einfach die Energie noch für die Trophäenentwicklung. Aber jetzt, da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil die Einstandskämpfe, da ist die Trophäe ja längst fertig. Ja, die sind eigentlich ein bisschen später, da hast du schon recht, das beginnt so im März, da ist der alte Böck schon fertig mit dem Schieben. Aber es geht ja auch später im Jahr darum. Das ist ja ein ganzjähriger Zyklus, und ganzjährig sind die Böcke ja da. Ja, also der hat schon, du kannst, ich sag mal, wenn das Revier natürlich wahnsinnig Potenzial hat, das hat ja Albrecht von Bayern in seinem Buch über Regeln an 70er Jahren schon festgestellt, du kannst ja, Mordsbock kann auf einer geringsten Fläche heranwachsen, weil wenn du nicht diesen innerartlichen Stress hast, das heißt, das Wild hat einfach genug Äsungsmöglichkeiten, perfekte Äsungsmöglichkeiten, auf einer sehr kleinen Fläche, da gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, dass dann große Einstandskämpfe entstehen, außer in der Brunft natürlich, wenn es um Fortpflanzung geht. Aber jetzt mal an und für sich kann durch optimale Äsungsvoraussetzungen ein Revier relativ klein werden, wohingegen bei schlechten Äsungsvoraussetzungen ein Revier natürlich größer sein muss, um an die besten Äsungen heranzukommen. Das kann man ja vielleicht für den Hintergrund mal eben sagen, bei Herzog Albrecht von Bayern war es so, dass die Gatterversuche gemacht haben und dann in diese Gatter dann beispielsweise eben, wenn zu viele Böcke da waren, dann kamen da so Kümmerer raus, also dann hat es eine sehr, sehr hohe Anzahl an Knopfböcken und an schlecht veranlagten Böcken. Und wenn man dann so einen Knopfbock aus diesem Gatter genommen hat und hat den als einzigen Bock mit mehreren weiblichen Stücken in ein eigenes Gatter getan, dann ist im nächsten Jahr plötzlich daraus ein Granatensechser geworden. Also das fand ich auch sehr, sehr spannend damals, als ich das gelesen habe. Deswegen, aber ich habe aus England eine andere, also beziehungsweise das ist keine andere Erfahrung, aber auch eine Erfahrung mitgenommen. Und zwar sind dort, war ich in Revieren, wo einfach die Böcke geschossen oder das Rehwild geschossen wurde, so wie es kam, also natürlich mit Mutterschutz, aber im Endeffekt, wir hatten damals, glaube ich, getriebene Bassböcke sogar gemacht. Also die haben dann einfach Stücke durchgetrieben und haben Bassböcke erlegt und da waren halt unglaublich starke Trophäen dabei, also jetzt für meine, für deutsche Verhältnisse und die legen überhaupt gar keinen Wert darauf. Also das ist, das fand ich hochinteressant, dass die bei einem relativ wahllosen Abschuss trotzdem ein sehr, sehr gutes Geschlechterverhältnis hatten, weil sie eben logischerweise auch weibliches Wild schießen, weil es einfach nur um die Anzahl geht, dass man die Anzahl reduziert und dann kam trotzdem mal. Eben drum haben sie das, eben drum haben sie das, das war ja wie in Frankreich, waren wir mal zusammen in Frankreich da zur Rehwildjacht und da haben sie uns ja auch das Modell, das Hegemodell oder Jagdmodell vorgestellt, diese riesige Jagdgenossenschaft. Ich weiß nicht, waren ja mehrere 10.000 Hektar, die das umfasste und da kann ich mich noch gut daran erinnern, die erschießen 70 Prozent, glaube ich war das, 70, 80 Prozent, so war es die Kante des Rehwildabschusses, das wird auf Drückjachten getätigt und da völlig wahllos. Das heißt, egal was da kommt, egal welches Geschlecht, egal welches Alter, es wird geschossen und da werden da teilweise eben auch, das war ein Gebiet, wo 500, 600 Gramm Böcke tatsächlich in Regelmäßigkeit vorkommen, da werden natürlich auch Kahlböcke geschossen, die im Jahr zuvor 500, 600 Gramm Krone geschoben haben, was man sich dann irgendwie gar nicht richtig vorstellen kann, aber letzten Endes haben die eine geringere Wilddichte als die meisten deutschen Reviere, dadurch aber auch bessere Reviere, sage ich mal, für die Stücke und die haben ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, exakt. Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig, ja. Also ich will nochmal auf die Ruhe eingehen, diese Einstandskämpfe beziehungsweise der innerartliche Stress, das ist das eine, was der Ruhe so ein bisschen entgegenläuft, das andere ist natürlich auch Störungen durch Menschen. Ja. Das wird immer beim Rehwild nicht so ernst genommen, weil Rehwild stellt sich ja deswegen nicht um. Also Rotwild wird natürlich sich neues Revier suchen, wenn es ständig gestört wird im Einstand. Ja. Muss noch nicht mal ständig gestört werden, da reichen schon kleinere, da reichen zwei, drei Mal, ja. Kleinere Störungen reichen da schon aus, dass die sich umstellen und das ist beim Rehwild natürlich anders. Also Rehwild lässt sich davon jetzt nicht großartig beeindrucken, aber natürlich auch beim Rehwild veranlasst das die Stücke immer wieder zur Flucht, wenn sie gestört werden, durch Pilzsucher, durch Mountainbiker, durch Jäger natürlich auch, da müssen wir uns ja gar nicht aufnehmen. Die Störungen sind ja mannigfaltig, ne? Also, ja. So, und jede Flucht kostet Energie, Punkt. So, und das ist auch etwas, was ich immer wieder betrachte, hier, wenn ich starke Böcke bewerte, die meisten kommen wirklich aus Revieren, wo die Ruhe haben. Und also die stärksten Böcke kommen sowieso innerhalb Deutschlands, so aus dem Nordosten der Republik, ja, also in Mecklenburg hast du eigentlich die größte, größte Dichte an starken Böcken. Und, ja, es liegt auf der Hand, ne? Das ist, glaube ich, das Bundesland mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Das ist eine Natur da, wo die wirklich alt werden können und Ruhe haben, also optimale Voraussetzungen. Ja, kannst du da noch einen draufsetzen? Ich war ja letztes Jahr auf der schwedischen Insel Öland und in Schweden hat das Rehwild natürlich sowieso erstmal per se Ruhe. Also da ist ja die Bevölkerungsdichte deutlich geringer. Was ich ganz interessant finde, ist ja aber ja auch, dass die ja noch viel strengere Winter haben, also viel eisigere Temperaturen. Also die haben ja immer noch, würde ich jetzt einfach mal behaupten, Schneelagen. Ja, Südschweden auch nicht mehr so regelmäßig. Okay. Aber das fand ich irgendwie ganz interessant, dass die aber ja immer schon deutlich stärkere Trophäen hatten. Also da ist ja, da gibt es ja Reviere, wo dann auch immer wieder mal einen Kilo Bock fällt, also mit 1000 Gramm Gehörgewicht. Und auch jetzt, als ich da war, fielen in einem Revier und da waren auch, da waren mehrere jenseits der 500 Gramm, die in der Woche, als ich dann da war, gestreckt wurden. Aber, und alle Rehe waren, insgesamt stärker. Also auch, wenn du da einen jungen Bock gesehen hast. Also wir haben ja da auch einen relativ jungen noch geschossen, weil, aber die Situation war halt super spannend, war halt auf der Pirsch und dann über den Stock und das musste halt schnell gehen. Und das war ein tolles Jachterlebnis, aber in der Regel hätten, oder eigentlich hätte man den Bock auch noch stehen lassen müssen. Und trotzdem war das schon für unsere Verhältnisse ein richtiger Klopper. Also das fand ich sehr reizvoll, dass man eben auch da gesehen hat, was diese Genetik angeht, dass da alle Rehe, auch das weibliche Rehwild insgesamt stärker war. Auch die Kitze waren schon stärker. Und deswegen, das ist halt wirklich dann eine Menge Genetik und dann wahrscheinlich eben in der Kombination mit dem Äsungsangebot, was viele da auch sagen, dass man so in Meernähe, dass man da viel noch mehr, irgendwie angeblich mehr Muschelkalk im Boden hat. Also dass der Boden insgesamt kalkhaltiger ist und sie dadurch mehr Masse schieben können. Das ist sehr entscheidend, ja, auf jeden Fall. Also kalkhaltige Böden sind sehr, sehr vorteilhaft für Trophäenentwicklung. Definitiv. Und dann eben die gute Eseung, ganz klar. Und du hast die Entwicklung ja auch in Nordolstein. Guck dir Mecklenburg und Schleswig-Holstein an. Die Dammhirsche und die Rothirsche, die sind auch über die vergangenen 10, 20 Jahre von Jahr zu Jahr stärker geworden. Also das ist gute, wirklich gute Goldmedaillenhirsche. Ja, also ein Goldmedaillenhirsch, ein Rothirsch, der gibt es ab 210 Punkten. Da fallen in aller Regelmäßigkeit jetzt 220 bis 240 Punktehirsche. Also die komplette Geweihentwicklung hat sich positiv beeinflusst, hat sich positiv entwickelt, aber auch die körperliche natürlich. Und es gibt zwei Faktoren, einmal landwirtschaftliche Faktoren, ja, und einmal klimatische Faktoren, die einfach stetig besser wurden und dadurch werden auch die Trophäen besser. Weil erst wenn der Körper natürlich fitter ist, kann der das überschüssige Energie, kann er dann auch in die Trophäenentwicklung stecken. Ja, es ist nicht ganz so leicht. Also man kann jetzt nicht sagen, liebe Zuhörer, macht jetzt bitte mal dies und das und dann habt ihr in fünf Jahren einen starken Bock bei euch stehen. So einfach ist es natürlich nicht. Genetik ist das eine, ja, Ruhe ist das nächste, Alt werden, Kalkaltige Wöden hat nicht jeder. Aber alt werden lassen, das kann jeder. Alt werden lassen kann jeder. Also da, also den richtigen Bock alt werden lassen, damit erreicht man schon sehr, sehr viel, glaube ich auch. Ja, und das ist das, wo es bei den meisten dann auch hapert. Und ich sage mal, wir schießen in Deutschland ja relativ viel Rehwild. Also die, nicht nur der Forst, der massiv schießt, auch in den Privatrevieren steigt der Druck auf die, auf die Jagdpächter. Die Abschlusszahlen werden immer größer und wir, wir haben ja auch große Wilddichten hier in Deutschland, muss man ganz klar sagen. Und das finde ich immer verwunderlich, wenn man das mit dem Ausland vergleicht. Wenn wir hier jetzt beispielsweise ein gutes durchschnittliches Taunusrevier haben mit 500 Hektar, auf diesen 500 Hektar, da hast du, kannst du, ich sage mal, 50 bis 100 Rehe schießen. Ja, mal so ganz grob gesagt, was ja relativ viel ist. So, und dann gehst du nach Rumänien und siehst, die schießen da auf 1000 Hektar drei Böcke. Ja. Als ein Beispiel. Und da gibt es viele Beispiele von. Oder jetzt habe ich gerade in der Jagen Weltweit Titelstory über Spanien. Nordspanien hat auch absoluter Geheimtipp noch für starke Böcke. Da ist ein Revier, wo sie gejagt haben, auf 5000 Hektar und auf diesen 5000 Hektar haben die 25 Bocklizenzen. Ja, also das ist, ja, vergleichsweise, vergleichsweise wenig. Das sind auf 1000 Hektar dann fünf Böcke. Ja. Und wir schießen hier auf 1000 Hektar deutlich mehr als fünf Böcke. Ja. Ja. Nur, das ist dann die Sache, weil die schießen dann zum Beispiel auch keine Jährlinge. Da werden keine Jährlinge geschossen. Also was hier gesagt wird, du musst in der Jugendklasse eingreifen. Ja, viel in der Jugendklasse. Da schon mal viel wegnehmen und es gibt ja auch mal, es gibt ja auch eine gute Begründung dafür, dass Jährlinge halt immer, also sowohl weibliche als auch männliche Stücke, in Einstandskämpfe verwickelt werden und in der Regel die Schwächeren sind, über Straßen gehetzt werden und dann entstehen die Unfälle oder sie werden beim Nachbarn geschossen. Also es ist schon sinnvoll, die vorher zu erlegen und auch für die Küche ist es natürlich toll. Ja, es ist ja tolles Fleisch, was man da erbeutet. Richtig, wobei man sich natürlich auch da erstmal auf weibliche Welt konzentrieren kann und erstmal schmalrehe. Ja, aber insgesamt macht man es ja bei beiden Geschlechtern. Also das ist ja allgemein so die Vorgabe, die wir auch eigentlich in Artikeln immer empfehlen, greift erstmal ordentlich in der Jugendklasse ein. Stehe ich auch nach wie vor hinter. Die Frage ist, ob das beim Ziel, dann wirklich starke Böcke zu erbeuten, so vorteilhaft ist. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt gestern nochmal in diesem Rehwild-Buch hier von Raasfeld gelesen und da gibt es so eine Grundempfehlung. Da geht es erstmal darum, dass man das Geschlechterverhältnis erreicht. Also das ist bei denen die erste Prämisse und das ist ja auch für jeden machbar, also der zumindest mal für jeden Pächter oder für jeden, der das Sagen hat in einem Revier, egal wie groß, dass ich erstmal gucke, wie viele Böcke habe ich eigentlich auf wie viele weibliche Rehe. Dafür muss man das Revier natürlich ein bisschen kennen. Ich würde dann, oder das sagen die halt auch in dem Buch, man sollte, wenn man in der Regel zu wenig Böcke hat, also im Verhältnis, dann sollte man erstmal darauf verzichten, die Jährlinge zu schießen und sollte eher die Böcke wegschießen, wo man sieht, also erstmal schwache Mehrjährige schießen. Oder überhaupt kein männliches Rehwild, sondern nur weibliches Rehwild, sodass du erstmal ein Geschlechterverhältnis von eins zu eins anstrebst und wenn du, neben einer Ersungsverbesserung natürlich, und dass du dann sagst, so jetzt schieße ich die Böcke raus, die ich überhaupt beurteilen kann oder einen Jährling, kann man schlecht beurteilen, weil das wissen wir alle, dass eben aus einem Jährling kann alles Mögliche werden. Das wissen wir eben nicht alle. Du hast das Beispiel eben gebracht und das kann man nicht oft genug erwähnen. Albrecht von Bayern hat es bewiesen, aus einem Knopfbock kann ein Kapitalbock werden. Sag ich ja, meine ich ja. Ja, ich weiß, du hast es eben erwähnt, aber wie gesagt, ich kann es nicht oft genug erwähnen und das hält sich so wacker in den Köpfen der Jäger, dass einfach du einen Knopfbock schießen darfst und wie viele Jäger denken heute noch, oh Gott, oh Gott, du hast jetzt einen Jährlingsgabler geschossen, ja, irgendwie so ein Dreiviertel Lauscherhohen mit so einem Ansatz von einer Gabel, da flippen manche direkt aus und denken, oh Gott, oh Gott, wie kannst du denn so einen Bock schießen, Zukunftsbock, ja. Also das ist Banane, das ist Quatsch, ne. Und im Prinzip, münzt das mal um auf eine andere Wildart. Damwild ist ein schönes Beispiel, weil beim Damwild ist es so, dass es viele Hegegemeinschaften, also eher im Ausland als im Inland, aber da gilt eigentlich die Prämisse, wir schießen überhaupt keine Jährlinge, also keine Spießer, weil du am Spießer überhaupt nicht sehen kannst, was der für ein Potenzial hat. Wir warten das mal ab, bis es ein Knieper ist, also hier schon im zweiten Kopf und dann können wir schon mal ein bisschen sehen, was ist da für Potenzial im Geweih drin und dann können wir selektieren. Und ich glaube, das ist genau die Sache. Wir merzen bei den Jährlingen schon sehr, sehr viel aus und schießen da vielleicht schon Potenzial weg, was eigentlich, wo man gerade sagen kann oder sagen muss, es ist schade drum. Und wenn ich jetzt so Rumänien nehme oder jetzt das Beispiel Spanien, wo wirklich nur reife, alte, starke Böcke geschossen werden, das heißt ja, jeder Jährling, der nicht durch Straßenverkehr stirbt, überlebt und setzt sich durch. Und das ist dann wahrscheinlich so diese natürliche Auslese. Da setzt sich der Stärkste einfach durch und der verteidigt auch sein Revier. Und wenn ich Zugriff auf ein Revier habe, was 5000 Hektar groß ist, dann kann ich mir natürlich auch die Stärksten da raussuchen und weiß, wo die stehen und dann kann ich es auch gut verkaufen. Und gut, die Reviergröße, das ist natürlich auch immer so ein Thema. In Deutschland wird es immer kleiner. Und in anderen Ländern haben wir halt mehrere tausend Hektar an Reviergröße oder denken wir an Kurgan. Da sind Reviere von, also Sibirischer Rehbock, da haben sie Reviere von 300.000 Hektar Größe. Das ist natürlich was ganz anderes. Da findet ja keine Hege mit der Büchse statt. Das ist einfach, dass man da bestimmte Stücke einfach nur entnimmt, die die besten sind von der Trophäe her. Ja. Also ich habe ja meinen, das vielleicht nur so als Anekdote, die meinen ersten, oder ich sage mal, meinen zweitstärksten Bock, der war ja lange mein Stärkster. Das war der erste Bock, den ich damals im DOZ-Revier geschossen habe. Und zwar habe ich damals, das ist jetzt sogar am ersten Mal genau 25 Jahre her, da habe ich als Marketing-Muckel angefangen im Parai Verlag. Und da hieß es dann, da war es DOZ-Revier noch, mit Hans-Jerrin Bülerstedt, war damals der Berufsjäger. Und da galt die Prämisse, du kannst alles schießen, außer einem Jährling. Also das galt da in dem Revier immer. Die haben grundsätzlich keine Jährlinge geschossen, genau aus diesem Grunde, weil sie gesagt haben, als Jährling kann ich einen Bock nicht beurteilen. Und selbst wenn er mickrig bleibt, dann ist es aber immer noch interessanter, mir, was weiß ich, so einen Zweijährigen an die Wand zu hängen, als jetzt so einen Knopfbock irgendwie. Den hängst du ja sowieso nicht mehr auf, sondern den, also ist ja einer deiner Ersten, aber irgendwann, was willst du mit einer Wand voller Knopfböcke? Also man erinnert sich nicht mehr daran, weil die, man kann es optisch ja gar nicht mehr unterscheiden, wer wann. Also man kann es natürlich auf den Schädel schreiben, dann weiß man es. Aber es ist wesentlich reizvoller, den Bock einfach mal ein Jahr älter werden zu lassen und dann zu beurteilen, okay, wird der jetzt erlegt oder wird er nicht, oder lässt man ihn stehen? Und das fand ich eine ganz interessante Herangehensweise. Und das so noch als Anekdote. Ich habe dann gefragt, ist das wirklich so? Weil ich kannte das immer nur, als junger Kerl irgendwie, du schießt jetzt mal einen Knopfbock oder mal einen maximalen Spießer oder sowas. Und dann habe ich halt da fünfmal nachgefragt und fünf unterschiedlich. Nee, nee, ist so, du darfst alles schießen, außer einem Jährling. Und dann habe ich am ersten Morgen, weiß ich noch ganz genau, an dem Revier, an der Autobahn gesessen. Das war also, akustisch war es ein Scheißansitz. Aber ich habe nicht lange gesessen, es wurde gerade hell. und dann zog er auf so einer Leiter irgendwie im Bestand drin, also ich konnte auch gar nicht weit gucken. Und dann zog ein Bock an mir vorbei und da habe ich gesagt, Donnerwetter, das ist mal kein Jährling. Und habe dann hier Drilling raus, rumpst die Geige und da lag der Bock da. Und da habe ich dann gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt verlierst du deinen Job. Weil dann bin ich da hingegangen und dann war das auch, der hatte damals, glaube ich, der hatte jetzt, glaube ich, immer noch 350 Gramm, also trocken. Also es war wirklich ein Klopper und wog auch 22 Kilo. Also auch der Duderstedt hat dann ziemlich geschluckt. Da wurden, wie sagt man so schön, da wurden Chippen schmal. Nee, er hat ihn mir, glaube ich, gegönnt. Sag ich mal, er ist ja leider mittlerweile verstorben, aber ich glaube, er hat ihn mir gegönnt. Aber natürlich, ich glaube, ich weiß aber auch, dass einige andere geschluckt haben, so nach dem Motto, wie kann der Kerl denn so einen Bock schießen? Und ich habe gesagt, ich habe fünf Leute gefragt, alle haben gesagt, nur keine jährliche, sonst ist es egal. Und da war ich echt froh. Da habe ich noch meinen Vater angerufen und habe gesagt, oh scheiße, ich glaube, jetzt bin ich zwei Wochen in dem Job, ich glaube, ich bin ihn direkt los. Da hat er gesagt, Hauptsache, du hast einen guten Bock geschossen. Freundschaft vergeht, Trophäe besteht. Wo hast du denn deinen stärksten geschossen? Also ich habe eigentlich eine ähnliche Situation. Ich habe hier bei meinem guten Jachtfreund Michael, also ich habe eigentlich zwei, die sind so um die 300 Gramm. Also der eine war in England und für England eigentlich viel zu schwach. Der war auch zu jung. Das war ein Zweijähriger. Da hatte der Stalker sich eigentlich vertan. Der hat gesagt, er wollte eigentlich den Vater oder Großvater sozusagen von dem erwischen, der da auch stand und angeblich war da ganz ähnlich von der Trophäe. Also vielleicht hat er mir auch was erzählt, ich weiß es nicht. Eigentlich ein doofer Abschuss. Und der zweite Bock, der eigentlich viel tollere, auch vom Erlebnis und von der Zugehörigkeit zum Revier, war der bei meinem Jachtfreund Michael. Und da hatte ich noch ein schlechtes Gewissen, weil das war eigentlich so ein klassischer Pächterbock. Also ich meine, Michael ist total gönnerhaft, der hat da kein Thema mit, aber trotzdem hätte ich ihm noch mehr gegönnt, wirklich. Obwohl er sich ja gar nichts draus macht, aber das war eine Blattjagtsituation. Ich habe mich da einfach irgendwo hingestellt, wo ich dachte, jetzt hier könntest du nochmal blatten. Und das kam dann auch relativ schnell, so auf 100 Meter kam der durch den Buchenrauschen da gezogen. Ja, du, ich habe da gar nicht großartig, muss ich wirklich sagen, ich habe gar nicht großartig geguckt. Ich habe nur gesehen, jo, mehrjähriger Bock, so wie du. Oh ja, passt schon, geschossen. Und da kam ich da hin und gesagt, Donnerwetter, Mensch, was hast du da, ehrlich? Und ich meine, das war damals so ein fast reines Waldrevier, wo du auch wirklich nicht mit tollen Trophäen rechnen konntest. Und also für das Revier war das wirklich ein absoluter Ausnahmabock und eine unglaublich tolle Perlung, die man so selten sieht. Also wirklich toller Bock. Aber gut, so ist das halt manchmal. Also wenn du auch nicht damit rechnest in so einem Revier, weil der Durchschnitt einfach nicht so gut ist, dann machst du dir auch nicht so viele Gedanken da beim Schuss. Das ist auch die Sache, wie selektiv willst du noch jagen? Also ich habe das persönlich in den Revieren, wo ich jage, klar willst du irgendwie noch so ein bisschen selektiv jagen und du guckst, ob der das Alter hat oder nicht, aber teilweise sind die Abschlusszahlen auch so hoch gepusht worden, dass du eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mehr hast, nach Wahl zu schießen. Natürlich kannst du sagen, mein Gott, das ist jetzt aber irgendein Sechserjährling, maximal zwei ist der, den lassen wir jetzt mal stehen. Aber das ist ja auch eher die Ausnahme. Meistens hast du dann andere Böcke vor und wenn man sich dann mal in so einem Revier, in so einem Durchschnittsrevier hier die Böcke anguckt, die dann liegen, Durchschnittsalter liegt wahrscheinlich bei 1,5 bis 1,8 Jahren und da ist dann keine, oder nahezu keine Trophäe bei, wo du sagst, jo, das ist aber was. Nein, das ist auch, es ist ja auch so, du kannst das nur machen, wenn du, wenn da forstlich keine Ambitionen sind. Also sobald der Förster sagt, wir wollen jetzt aber, wir brauchen Naturverjüngung oder wir müssen, wir haben jetzt junge Bäume gepflanzt, dann ist es vorbei mit alt werden lassen. Also dann so, das Einzige, wo man halt appellieren kann, ist halt dann in den Flächen, wo sie eben aus dem Äser gewachsen sind, die Bäume, dass man sagt, jetzt können wir mal ein bisschen was leben lassen und alt werden lassen. Aber vorher ist das eben schwierig. Das ist, kommt, ist leider das Problem. Ja. Da gab es früher halt auch andere Reviere, wenn man jetzt sagen würde, nee, sag du. Da gab es halt früher auch andere Reviere, wo eben Forsten, die haben auch auf den Forst geachtet, aber da wurden halt noch mehr, noch mehr Gatter errichtet und, oder wurde mehr in Gatter investiert oder meinetwegen auch Einzelschutzmaßnahmen oder so, aber da hatte jetzt die, der alte Bock noch eine andere Wertigkeit. Da hat der Förster meinetwegen auch noch mitgespielt. Und heute, wenn die einfach sagen, wir leben einfach besser mit, mit möglichst wenig oder vielleicht sogar ohne Rehwild in unserem Revier, weil wir dann, weil dann alles am Wald hoch wächst, was da ist, dann wird es natürlich schwierig. Dann konterkariert sich das wie immer. Ja, aber ich meine, man kann es ja auch nachhaltig machen. Also ich meine, man muss natürlich immer die, die, die Region dann im Einzelnen betrachten. Wir, wir leben hier halt in einem Schalenwild-Paradies, sage ich mal, im Taunus. Das sind einfach Top-Reviere, wenn ich da an das Wild- und Hund-Test-Revier über Tiefenbach denke, die jagen da seit, weiß ich nicht, seit ich denken kann, seit 15, 20 Jahren, jagen die da nachhaltig auf, ich weiß es jetzt nicht genau, wenn wir mal Pi mal Daumen haben, die 500 Hektar und die schießen da Pi mal Daumen mit Fallwild sind das da 70, 80 Rehe oder sowas, die da im Jahr fallen. Bitte nicht festnageln, ich weiß die Zahlen nicht genau, aber so Pi mal Daumen wird das wahrscheinlich passen. Das ist ja schon eine ganze Menge Rehwild, was da gejagt wird, ja. Und das machen die aber nachhaltig. Absolut nachhaltig, ja. Also das ist, der Rehwildbestand wird meistens unterschätzt von den meisten Jägern. Wir haben in der Regel mehr, als man glaubt. Aber insofern kann man sich das auch gar nicht vorstellen, dass dann, wie in Rumänien, auf 1000 Hektar nur drei Böcke geschossen werden. Da fragt man sich, die müssen ja alle an Altersschwäche sterben. Ja gut, da haben wir natürlich noch mehr Wolf, Luchs und Bär. Das heißt also, alles was da schwach ist im Winter, wird natürlich gefressen. Ja okay, aber du hast auch andere Länder, wo das so gehandhabt wird, wo du nicht so viel Beutegreifer hast. Also wir haben schon eine immer durchschnittlich frohe Werdichte. Ja, also selbst wie der Duderstedt gesagt hat, du darfst alle schießen, nur kein Jährling. Wenn man so agieren würde, du kämpfst ja gar nicht in einem deutschen Durchschnittsrevier auf die Abschusszahlen, die gefordert werden, weil die Reviere natürlich von den mehrjährigen Böcken größer sind, als jetzt die Reviere eines Jährlings, der in der Regel noch überhaupt kein Revier hat und einfach rumgescheucht wird. Und dadurch schaffst du es ja immer, auf diese enormen Abschusszahlen zu kommen. Aber ich meine, da müssen wir uns leider, das müssen wir leider eigentlich nicht vertiefen, weil es besteht da keine Möglichkeit. Also das wird die Abschusszahlen, die werden tendenziell noch eher nach oben gehen, als nach unten. Und wenn du nicht irgendwie eine Eigenjacht von mehreren Hundert, besser noch 1000 Hektar besitzt, dann bist du nicht Herr der Lage. Dann kannst du da nicht sagen, ich halte mich da nicht dran und mach das jetzt mal so, wie die das irgendwo im Ausland machen, um dann mal wieder zu starken Böcken zu kommen. Das wird nicht passieren. Und insofern sollten wir jetzt vielleicht noch mal kurz switchen auf dieses andere Thema, nämlich Auslandsjagd. Also nicht das Thema Inland, wenn ich ein eigenes Revier habe, was mache ich, um da einen starken Bock zu bekommen, sondern wenn ich jetzt wirklich einen starken Bock mehr beuten möchte, wo fahre ich denn dahin? Was fällt dir denn da ein? Ja, also ich glaube, dass ich natürlich letztes Mal, also mir fällt als erstes Schweden ein. Ich habe es ja letztes Jahr dann mit eigenen Augen gesehen, was da möglich ist. Jetzt ist es auf Öland, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, welcher Jagdreiseanbieter da was anbietet. Ich war da ja privat. Das heißt also über einen Deutschen, der dort seit vielen Jahren als Gast ist, als einfach als Freund da eingeladen wird und den habe ich halt begleitet. Aber Schweden, aber es gibt natürlich wirklich gute Böcke in Schweden. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Rumänien ist sicherlich noch so ein Punkt, wo man sehr gut hinfahren kann. Und bei Polen, da weiß ich nicht, also das habe ich jetzt wenig Erfahrung mit Böcken. Also da war ich eher zur Rotwildjagd. Also bei mir wären jetzt so, ach so, was du gerade natürlich gesagt hast, mit Spanien. Das ist natürlich, genau, das hat überhaupt keiner auf dem Zettel. Also die haben gigantische Trophäen da. Also das ist wirklich, was wer einen starken Bock schießen will, der sollte auf jeden Fall Spanien auf dem Zettel haben, wobei ich da auch selber zur Bockjagd auch noch nicht war. Aber ich habe halt einiges an Bildern gesehen, was da zur Strecke kommt und das ist wirklich unglaublich. Ja, man muss wirklich ein bisschen noch differenzieren, wie stark soll der Bock sein, den man da erbeuten möchte. Also es gibt Leute, die wollen dann wirklich starke Goldmedaillenböcke, was dann so in die 700-Gramm-Klasse reingeht. Also ich sage mal 600 Minimum bis 700 und das sind schon Böcke, die man suchen muss. Also je weiter es nach oben geht, desto schmaler wird die Pyramide, ist ja klar. Aber wenn man jetzt generell sagt, so ein starker Bock, so ein 500-Gramm-Bock und wenn wir jetzt mal, also wenn wir vom Brutto-Gewicht ausgehen, ja, also das ist 500 Gramm, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, schon was ganz anderes. Aber ich sage mal, ein Netto-Gewicht von 500 Gramm, dann muss er ja Brutto schon über 600 haben, ja. Und also gerade, wenn es 24 Stunden nach dem Abkochen gemessen wird, da wird die Luft auch schon dünner und da wird es auch teuer, muss man sagen. Darf man sich keiner Illusion hingeben und ich sage mal, es gibt Länder, also Schweden hast du genannt, ja, Schweden ist absolut top, Schweden wachsen, also Südschweden, muss man natürlich mal sagen, Südschweden wachsen teilweise wirklich außerordentlich starke, gute Böcke, die auch von der Trophäe her super interessant aussehen. Das sind ganz oft diese Böcke, die sehr eng gestellt sind, sehr hoch aufhaben, eine Wahnsinnsperlung, also du erkennst diesen schwedischen Typus eigentlich relativ schnell, wirklich sehr, also aus meiner Sicht attraktive Trophäen, da hast du aber kaum Chance reinzukommen. Also wenn du nicht irgendwie freundschaftlich irgendeine Verbindung hast nach Südschweden, dann, also ich kenne eigentlich keine Jagdreisevermittlung, die das seriös in großem Stil irgendwie vermittelt, dass du in Südschweden was schießen kannst und selbst wenn, dann wird es auch schon sehr, sehr teuer. Also Schweden ist toll, überhaupt keine Frage, aber daran zu kommen ist schwierig und teuer. So, nächstes Beispiel England. England war über Jahre absoluter Geheimtipp, also vor 15 Jahren noch war das total toll, weil du relativ wenig Geld auch ausgeben musstest für eine richtig gute Trophäe. Damals hatten die Engländer kein Interesse daran. Mittlerweile haben die mehr und mehr Engländer auch Selbstinteresse an den Böcken und auch da findest du immer weniger Angebote bei den Jagdreisevermittlern. So, jetzt mal ein positives Beispiel, du hast es eben selber schon genannt, Rumänien, das ist eigentlich das Land, was ich den meisten Leuten auch empfehle, wenn es darum geht, einen guten Bock zu erwischen, der noch halbwegs bezahlbar ist. Also die Abschusskommission sind noch fair und die Chance, einen guten Bock wirklich zu erwischen, sind sehr, sehr gut. Also Rumänien kann nicht eigentlich, ist das Land, was ich dann am ehesten empfehlen würde. In Polen gibt es gute Böcke, die sind dort aber nicht so oft vertreten wie in anderen Ländern. Also Polen ist ein tolles Bockland, kann man auch, also landschaftlich wunderschön, du kannst da zur Bockjacht hinfahren, du kannst auch, ich sag mal, 400 Gramm Böcke oder sowas, ist alles kein Thema, du kannst auch ein 500, 600 Gramm Böcke, gibt es da. Aber du musst schon ein bisschen suchen. So, nächstes Beispiel Ungarn. Ungarn ist auch ein ziemlicher Garant für starke Böcke, aber kostet. Ja, also Ungarn ist sehr, sehr teuer. Aber das ist auch eine relativ sichere Bank, wenn man da einen guten Bock erbeuten möchte. So, dann Spanien, genau das ist angesprochen. Ist noch ein Geheimtipp ein bisschen, ja, das kippt aber langsam so, das ist genau wie Frankreich. Frankreich war vor ein paar Jahren auch noch Geheimtipp und das wird mittlerweile auch unter der Hand die besten Reviere, die besten Böcke vergeben. Und Spanien kann man sicherlich noch was erreichen, ja. Also wenn man da mal explizit fragt und wie gesagt, ich habe gerade in der Jahren Weltweit-Titelstory in der nächsten drin über einen Bock, der in Spanien erbeutet wurde und allein landschaftlich ist das echt spannend, weil das eben nicht so Spanien ist, wie man, wie die meisten es wahrscheinlich im Kopf haben, ja. Südspanien, Urlaubsland, karge Landschaft, sondern es ist halt in der Regel Nordspanien, wo es sehr grün ist und eine Landschaft ist, wo du denkst, es könnte auch in Osteuropa sein, ne. Ja, haben wir jetzt noch ein Land vergessen? Ich glaube, ich habe so die wichtigsten Länder, habe ich natürlich... Du bist fast durch. Ja, klar, du kannst, ein kurzer Rebel kannst du fast überall, in der Zentraleuropa weit verbreitet, aber das sind, glaube ich, so die wichtigsten Länder, was Bockjagd angeht. Ja, also was ich auch noch erwähnen möchte, was man definitiv abklären muss und fragen muss, ist, wie denn gejagt wird. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte da hier einen starken Rehbock erlegen oder auf einen starken Rehbock jagen, dann sollte man auch vorher abklären, wie wird denn da gejagt, weil ich es halt auch erlebt habe, dass dann die Jagdführer teilweise unter hohem Druck stehen und wenn du dann zum Beispiel hohe, große Flächen bejagst, das wird dann eben eine reine Gummipirsch beispielsweise und wenn du sagst, ich will den aber klassisch irgendwie entweder vom Ansitz oder auf der Fußpirsch erlegen, dann sollte man das vorher klären, weil ich weiß, dass in manchen Revieren, da kommst du eigentlich nur noch mit dem Auto weiter und dann erwarten sie auch, dass du dann möglicherweise auch noch über das Autodach schießt, wo ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf hätte. Aber da kann man sich ja viel Ärger ersparen, wenn man da vorher einfach nachfragt, ganz gezielt und das ausschließt, wenn man dann möchte. Ja. Und ich würde auch wirklich das mit der Abrechnung würde ich ganz klar vorher erfragen, wie wird da, geht das nach CEC-Punkten, ja, wird das vor Ort vermessen, weil das hat, da muss man ganz klar auch mal sagen, das hat nichts mit einer CEC-Vermessung zu tun, wenn dort vor Ort ein, zwei Tage nach der Erlegung der Bock ausgepunktet wird. Das ist keine offizielle CEC-Bewertung, das ist eine, die machen das nach CEC, aber dieses Gewicht ist nicht, es ist viel höher, also als es bei der wirklichen CEC-Bewertung dann später sein wird. Wie lange muss der denn trocken sein, damit die du nach CEC bewerten kannst? Ja, so 30 Tage haben wir, wir haben immer 30 Tage Trocknungsfrist zwischen Präparation und Bewertung. Ja. Der verliert danach eigentlich auch immer noch ein bisschen, aber als er das Gros ist, dann ist dann wirklich weg. Ja. Ja. Können wir ein Fazit ziehen? Ja, zieh mal, ich bin gespannt auf dein Fazit. Mein Fazit, es heißt immer, das Erlebnis geht natürlich vor, also das finde ich immer ganz wichtig bei der Jagd, dass das nicht zu kurz kommt, aber ansonsten ist es natürlich reizvoll, einen starken Bock zu erlegen, also sagen wir mal, insbesondere einen alten Bock zu erlegen, also mir ist ein Alter schwacher lieber als ein starker Junger oder auch ein Alter abnormer lieber als ein starker Alter, wie auch immer. Ich glaube, dass es machbar ist in einem größeren Revier, also wenn man irgendwie so jenseits der 300 Hektar hat oder auch in einem kleineren Revier, wenn man das dann das große Kunststück vollbringt und sich mit seinen Nachbarpächtern abspricht oder Nachbarjägern abspricht, dass gewisse Böcke alt werden, dann ist es sehr, sehr reizvoll, ja, sowas mal heranzuhegen, vor allen Dingen haben dann alle ein gemeinsames Ziel und dann im eigenen Revier einen alten Bock zu erlegen, das ist wirklich schon was ganz Besonderes. Also das ist, denke ich mal, ein schönes Ziel und wenn der dann auch noch ein bisschen stärker ist, dann ist das natürlich durchaus ein Lebensziel. Also mein Fazit ist, glaube ich, also ich persönlich habe, also ich habe eine große Leidenschaft für starke Böcke, nicht persönlich sie zu erbeuten, sondern sie zu bewerten tatsächlich, also das macht mir so viel Freude und man sieht so viel, ja, du kannst es nicht nachvollziehen, ich weiß, man kann, es gehen wirklich viele tolle Trophäen durch meine Hände und das befriedigt schon sehr, diese Böcke überhaupt zu sehen und da kommst du auch, kriegst du auch Böcke zu sehen, einfach die sonst, ja, die man sonst nie zu sehen bekommen hätte. Der stärkste Bock, den ich mal bewertet hatte oder zwei, die waren über 800 Gramm Bruttogewicht, also das war schon, war schon Wahnsinn, was das für Klopper sind und, aber ich persönlich bin tatsächlich eher, was das Thema angeht, Fleischjäger, ich bin auch Trophäenjäger, überhaupt keine Frage, aber beim Bock bin ich eher Fleischjäger und also ich würde wirklich empfehlen, wenn ihr es auf einen guten Bock abgesehen habt, konzentriert euch eher darauf, dass so einen Bock auf einer Jagdreise zu erlegen, einmal im Leben vielleicht oder auch mehrfach im Leben, wenn das euch leisten könnt, als zu versuchen, das im eigenen Revier heranzuhegen, weil also einen wirklich starken Bock heranzuhegen ist schon eine Aufgabe, ist nicht so leicht, aber das soll das soll jetzt nicht irgendwie demotivieren, also man soll es trotzdem probieren und genauso wie Ralf es sagt, einen alten Bock im Revier zu erlegen, ist sowieso immer großartig und wenn der dann noch stark ist, hat das noch umso mehr Wert, sage ich mal und wenn der ganz bewusst sogar stehen gelassen wurde und rangehegt wurde, das ist glaube ich die allergrößte Freude, die man da empfinden kann, völlig unabhängig davon, wie viel Kram er hat oder ob es ein Medaille ist oder nicht. Das stimmt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Aufgang der Bockjagd im Mai. Genau, weit mal ein Zeichen an alle, egal ob im In- oder Ausland und wenn ihr tolle Böcke erbeutet oder ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Anmerkungen zu unserem Podcast, zu unserem Gesabbel, wenn ihr es besser wisst als wir, was äußerst wahrscheinlich ist, dann schreibt uns doch einfach und wir sind gespannt, was es noch für neue Aspekte bei dem Thema Riewelthege gibt. Genau, wir freuen uns über jede Meldung, egal ob telefonisch, per E-Mail oder per Brief, ganz egal. Also bis dann und weit mal zwei. Weit mal zwei.